Doch. Doch, Digga, hier kommt ein Auto. Fuck. Ja, dann fahr weg. Nein, ich bin mittendrauf. Ich bin an den Zelten. Da. Mit der Karre? Mit der Karre. Da ist auch ein... Die haben auch ein Taxi. Ja, ich weiß. Die fahren hoch nach Clyde Hill. Die sind an dir vorbeigefahren? Ja, ich bin im Busch, Digga. Die sind hoch nach Clyde Hill. Und das Auto? Und das Auto von uns? Äh, steht ein bisschen weiter im Busch. Oben hab ich extra im Wald geparkt. Junge, die sind in Clyde Hill. Diese Pfannen, die sind an der B-Tier-Base vorbei? Weiß ich nicht, ob die erst da oben looten. Oder die fahren hoch zum Damm. Das kann sein, ja. Digga, die werden hoch zum Damm fahren. Dann lass die mal shooten, Alter. Auf jeden Fall. Wo bist du? Ich bin immer noch auf dem Schottplatz da. Ja, dann komm schon mal hier in Richtung gerannt. Ich geh nochmal eben Lootbrücke richtig looten. Und dann, äh... Fahren wir hinterher. Die sind nämlich hoch nach Clyde Hill. 100 pro zum Damm. 100 pro. Ja, läuft. Wenn die den Weg wissen, wie man da hochkommt, bin ich mir sicher. Ja, die waren ja gestern da. Ja, sau. Nein, wir holen uns die Säcke. Let's go. Ab hinten. Vielleicht looten sie auch oben, ey. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig machen. Du fährst gerade zu denen hin. Ich weiß. Hä? Wir steigen jetzt aus und holen uns die Säcke. Halt dich einfach bereit, Bro. Ich stelle mich hier im Busch ans Auto. Ich bleib mal bei der Karre, ja? Ja. Ja, die haben mit dir 100 pro uns gecheckt. Ich wäre erstmal weggefahren und wäre dann zu Fuß wiedergekommen, weißt du? Beide Taxis leer. Wie leer? Beide leer. Heißt, die rennen hier irgendwo rum. Beide Taxis leer. Ich habe eine Frack-Granate. Ich könnte die sprengen. Mach mal. Ich hoffe, ich habe... Ja! Ohohoho, das erste habe ich gut angefickt. Ist aber nicht explodiert, obwohl es genau da drunter war. Ich sage, die haben hier in der Nähe ihrer Base. Das kannst du haben, ja. Bleib am Auto. Ja, das ist jetzt das einzige Fahrbare noch, ne? Hier stehen beide Taxis. Ja, das andere ist kein Taxi. Ja, okay. Stimmt, das ist... Steht an. Aber warte mal. In einem Taxi... Oder sind jetzt die Reifen durch meine Explosion gesprengt? Ja, ja. Die Reifen sind kaputt jetzt. Okay. Ich lege mich hin. Ich warte jetzt einfach. Okay. Digga, die sind auf jeden Fall irgendwo hier. Du, ich nehme aus unserem Taxi Sparkplugs und Drive mit und verpiss mich mal von hier, ne? Ja. Ja, ich gehe jetzt einmal ins Auto. Kannst du mich sehen? Nee. Warte mal, ich laufe ein bisschen rum. Dann kann ich das sehen. Ich bin jetzt direkt am Auto am Busch. Da hinten kommt ein Titan. Ich glaube, ich gehe jetzt ans Auto. Ja, mach mal. Ja, da sind Hammer, ist eine Vector drin. Ja, da sind die. Das ist deren Auto. Und warte, ich gucke in den anderen. Da ist auch eine Mod 18 und Polizeihandschellen. Das sind beides deren Autos. Äh, aber in den anderen, da ist wahrscheinlich nichts drin, ne? Doch, da liegt... Ja gut, da liegt jetzt schon Handschellen, Mod 18, Mod 60. Die wollen das ein bisschen klar machen. Digga. Wir müssen jetzt hier warten. Müssen wir auch, ja. Wenn wir jetzt gehen, wäre... verloren. Aber die werden auch nicht so hoch zum Damm gerammt sein, nie im Leben. Nee, das glaube ich auch nicht, Digga. Oder die haben den hier geparkt und sind nochmal runter zur Militärbase. Aber wir warten jetzt hier auf jeden Fall kurz. Aber hätten die uns doch mitkriegen müssen. Ja, wer weiß, wie die gerannt sind durch den Wald oder so an der Seite. Auch nicht so auffällig. Aber es ist auf jeden Fall deren Autos. Vector drin, Mod 16 drin, Handschellen, zwei Hatchits, äh... Luck Ranch ist auf jeden Fall alles drin. Die schreiben? Schreiben die? Hello, my friends. I'm not friendly. Das hier ist mal in der Lenski. Mhm. Also direkt das Haus... Weil hier liegen überall eigentlich welche rum. Also hier ist keiner drin im ersten Haus, direkt da. Jetzt kann ich hinten mal rausgucken. Wie lange hält die Flashbang an, wenn ich die runter im Bunker werfe und runterklette? Reicht das aus? Ähm... Du meinst diese Schemen direkt oder was? Ja, dieser kleine Bunker. Wenn ich da quasi ein Ding reinknallen würde... Hält doch nicht lang genug an. Ha? Ja? Komm mal rüber. Scheiße. Guck mal, ich sag, die sind hier irgendwo. Mhm. Vielleicht haben die auch ihre Base hier und können uns sehen. Ich geh jetzt nochmal in die Autos. Also hier war die... Oh, oh, oh. Es wird auf mich geschossen, Digga. Ja, ich hör's. Fuck, 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 fuck. Okay, die wissen auf jeden Fall jetzt, dass ich hier bin. Okay, jetzt haben sie den Krieg erklärt. Da läuft aber ein Titan in der Richtung. Das ist wunderbar. Wohin? Oh, jetzt. Digga, Digga, Digga. Heißt, sie sitzen hier irgendwo an den Autos. Hab ich doch gesagt. Nein. Was war am hinteren, heißt, der kann mich nur von rechts eigentlich abgeballert haben. Ja, wenn du so mit hinten an den Karren vorbei, dann hast du ja diese Kurve. Und links von der Kurve... Ich renne jetzt ein bisschen. Digga, lass ihn nicht abknallen, ne? Ich kann dir hier oben schlecht helfen. Holy moly. Was ist das bei mir? Liegst du? Liegst du da? Ich... Hinter dem Baum, hinter dem Baum, hinter dem Baum. Ja, das bist du, ne? Ja, das bin ich. Junge, Alter. Alter. Oh, fuck. Scheiße, Digga. Das war knapp. Ich hätte dir fast schon eingedrückt. Ja, ich dir auch, Alter. Ich dir auch. Oh, fuck. Du hast nicht wussten, dass du aus der Richtung kommst, weißt du? Mit dem Nebel ist es gerade richtig Stimmung. Hm, voll für den Arsch. Nee, richtig gruselig, Digga. Soll ich mal eine Granate in die Richtung werfen, einfach? Ja, ich habe auch noch eine im Notfall. Du siehst mich, ne? Ja. Ich habe ihn auf jeden Fall kurz gesehen. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Ich bin jetzt bei denen an den Autos vorne in den Büschen. Hm. Nee, hier ist er nicht, wie ich dachte. Passend? Okay, du hast einen. Wo ist er? Ich habe einen, ja. Einer ist down. Nice, 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 Digga. Wo bist du? Da am Baum. Okay, ich sehe dich. Wo war er? Am Berg vor mir. Okay, deck mich. Am nächsten Hügel, ja. Links oder rechts? Direkt geradezu. Du läufst genau auf ihn zu, ja. Direkt da. Hoho. Er hatte keine Munition außer für seine Pistole. Okay, dann habe ich viel zu viel Munition gerastet, ne? Egal, der hatte vier Verbände, Anti-Raid, alles gegönnt. Korrekt. Korrekt. Holy moly, Digga. Ich habe den nur gesehen, weil er es sich gesehen hat, weil er sich bewegt hat, immer. Von da aus konnte er mich auch gut treffen, ja. Ja, ja. Schön. Und vorher war er halt hinter diesem Hügel von mir aus, weißt du? Und da konnte ich ihn halt nicht sehen. So, dann ist er anscheinend rübergekrochen. So, und dann habe ich ihn aber erst gesehen, wo ich... Durch diesen fucking Nebel habe ich ihn halt nicht gesehen, wie er rübergekrochen ist, weißt du? Nice. Shit, Schüssel, 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 Digga. Hoho, jetzt wird grasiert. Wo waren die? Die waren ja ganz am Anfang, ne? Die waren irgendwo in den Häusern oder so. Ja, hier können überall Gegner sein. Ja, ja, das ist mir ja nicht. Meinst du? Da hinten läuft er doch, oder nicht? Wo? Fahr nochmal durch. Fahr einfach nochmal durch. Der wird uns nicht treffen. Durch den D-Sings oder so nicht. Wo bist du? Da vorne. Hast du ihn gesehen? Lass mich! Mach ihn, Junge! Hab ihn! Sehr nice. Ich hab ihn. Du lebst noch, ne? Ja, ich lebe. Schieß den fetten, schieß den fetten, Digga. Oder, ne, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Wie brauche ich nicht? Der haut schon ab. Ich hab für dich, der hat Aka-Money. Sehr nice. Wer war das jetzt? Desinex, oder? Ich hab keine Ahnung, Bro. Jetzt willst du doch eigentlich da stehen, oder nicht? Hab ich nicht drauf geachtet. Shitoke war das. Ah, hier, Mika Adikile, Shitoke und Robocop. Sehr nice. Aber die anderen sind 100 pro Safe-Call auch da. Gehen wir eine Sekunde? Ich hab auf jeden Fall alles mit, was wichtig ist, ne? Auf jeden Fall. Ich stell dich mal so ein bisschen vor dich. Der kommt? Ja, ich merk's. Warte, ich muss eben Munition wechseln. Hey! Haben die getroffen? Nee, aber die haben geschossen. Ja, aber ich hab mich leicht erschrocken, Digga. Boah, Junge, ich hab mich mehr als leicht erschrocken. Ja, Mann, Digga. Boah! Ich hab meine ganze Maus einmal über den Tisch gedreht. Ich auch. Einmal komplett. Darf ich sehen. Wo? Du drehst auf der Ecke bei dem Haus da, weißt du, links. Linkes Haus? Linke Seite? Äh, also so, 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 so Mitte der Stadt. Ich hab ihn ja kurz präsentiert gesehen, im Busch. Fahr nochmal durch. Das war aber AK, ne? Ich würde auch sagen, war AK. Das war AK, hundertprozentig. Ich hab dir nämlich seine AK ja auch nicht weggenommen. Das sind doch beide Haie, Digga. Was flähen dir denn so rum? Ist so. Ich fahr jetzt nicht nochmal hier durch, ne? Ne. Ist mir dann doch zu risky. Aber getroffen hat er gar nichts, ne? Außer die Karre. Ne, ich glaub nicht. Ähm... Also unten von einer Militärbestbomb schon mal keiner. Boah, es wird so Zeit für mein Gehli. Ich seh ihn. Ehrlich? Ich geb' ihn, Herr da. Mach das mal, Alter. Ich weiß nicht, ob ich getroffen hab. Ich glaub, ich hab ihn gekillt, Bruder. Ehrlich? Ich glaub schon, lass mal runterfahren. Lass mal bitte runterfahren. Ich glaub, ich hab ihm einen Schuss. Ja, 4% noch. Digga, lass uns direkt runterfahren. Der ist da im Busch am Haus, wo du meintest. Linke Seite, erstes Haus. Da war er. Ich hab ihn gesehen. Ich meine, ich hätte ihn getroffen. Und wenn das ein Header war, ist er auf jeden Fall tot. Er hat gestiegen, ne? Nee, nee, nee. Gerade noch nicht. Halt auf jeden Fall direkt so, dass ich wieder reinspringen kann im größten Notfall. Hier links, genau an der Mauer. Okay, ich spring raus. Er ist dann noch. Er lebt, er lebt, er lebt. Er ist dann links gelaufen. Okay. Ich lauf durch den Busch. Ich will jetzt halt auch nicht aussteigen, ne? Ich seh ihn nicht. Ich komm zu dir. Bleib da. Aber ich hab ihn auf jeden Fall, glaub ich, eingedrückt. Okay, bin drin. Er ist auf jeden Fall gelaufen. Ich hab ihn gesehen. Aber die haben jetzt nur kleinen Rucksack und so. Lass uns runter zum Militärwesen. Ja, ich weiß. Jetzt trotzdem ein bisschen bald. Ich wechsle jetzt auf jeden Fall mal auf. Sturmgewehr. Ja, ich geh's da. Oh, bis wohin gehst du? Ich bin dir hinterhergegangen. Jetzt auch in dem Waldstück hinten. Ja, okay. Ich bin jetzt schon geradeaus durch auf dem Schlammweg wieder in den Bäumen. Jetzt am Zaun der Häuser. Ich weiß nicht, wie ich höre deine Steps. Nein. Da hinten, ich hab einen rennen sehen. An den Zelten. Im gelben Haus, im gelben Haus ist einer drin. Und an den Zelten hinten. In dem Haus hier bei uns auf der Seite? Ja, ja. In dem gelben Haus direkt vor uns mäßig. Oh, und einer war hinten an den Zelten, Digga. Ich seh, nicht mehr ist weg. Okay, dann gehen wir ins gelbe Haus. Warte, ich guck gerade. Einer war hinten an den Zelten. Und das war auch einer, der noch mehr Ausrüstung mäßig hat. Einer war auf jeden Fall safe im gelben Haus, wenn man mit den Treppen hoch geht direkt. Oh mein Gott, in jedem Busch kann hier einer von denen hocken. Ja, deswegen, Alter. Wenn das echt fünf Leute sind. Egal, Digga, ich geh jetzt trotzdem ins Haus. Gehst du rein? Ich bin an der Garage jetzt. Und ja, ich geh rein. Soll ich mitkommen? Ich weiß es nicht, Digga. Alles gutes Loot? Ja. Ja, ich weiß nicht, Digga. Also, wenn sie dich haben, dann haben sie die Munition und Waffen. Hab den ersten. Nice. Wo war der? Der war direkt, der kam gerade aus dem gelben Haus raus vorne an der Treppe. Ich hab doch gesagt, Alter, der war im gelben Haus. Hab den ersten. Dann loff erst mal raus jetzt wieder. Ja, ich bin hinterm Haus. Ja, ich auch. Ich renne hinter das rote Haus wieder. Ich seh's, ich seh's. Neben, aber noch nicht ganz. Ich komm dir mal langsam hinterher. Ich bin wieder direkt da. Okay, der liegt hier tot. Liegt der im Eingang drin oder was? Direkt draußen vor dem Eingang. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Ich komm auch nicht von hier dran. Ich guck jetzt ins Haus. Ich lege mich hinter seine, an seine Leiche. Okay. Boah, Junge, der hat dick Munition. Ehrlich? Ja, Mann. AT-15, AK, Gasmaske, alles am Start gehabt. Wie sind's das und mir? Das bin ich nicht. Dann komm ich zurück und komm zu dir. Weil im größten Notfall kill ich den und du kommst direkt wieder hier hin, weißt du? Einer down. Nice, Digga. Wen hast du? Nice. Warte, deck mich, ich lege mich hin. Warte mal, ich muss kurz was essen. Ja, ein Prozent Essen hatte ich noch. Die haben auch voll viel Muni noch für deine, ne? Für AK oder was? Ne, für deine Renegade. Ja, scheiß drauf, die RAM genug, Alter. Ohne Schatz. Okay. Digga, er war jetzt der Tod. Direkt Headshot, Alter. Ich hab auch früh reingesprayt, Alter. Okay. Ich würde sagen, wir campen nicht hier, Digga, weil die wissen vielleicht, wo der Stand. Ja, klar wissen die, die reden auch miteinander, lass uns hier raus. Eigentlich doch gesagt. Shit, Digga. Hast du eine Rauchgranate mit? Wieso, wir können hinten raus, bei den Gebäuden. Stimmt. Stimmt. Heißt, der ist auch noch im Haus. Scheiß, ich sag, die sitzen gegenüber in den Häusern oder weiter hinten an den Autos. Ich glaub, die sind in der Mitte bei den Häusern, ja. Wenn er jetzt hier nicht in der Kammer sitzt, ist er hier nicht drin. Ne, ist nicht. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich mal im Haus. Okay, ich komme aus dem Haus raus, renne direkt hinters Haus weg. Ich bin auf der Seite von uns im Tanzen. Okay, gut. Ich bin jetzt hinter dem gelben Haus wieder. Da hinten sehe ich den ersten Rennen. Ich hätte ihn jetzt holen können, aber der hatte nichts. Der holt gerade seine Leiche. Gelbes Haus, das heißt, Desinex ist wieder zurück. Okay, kommen wir on up. Okay, ich bin jetzt ganz hinten links, renne jetzt über die Straße. Ja, ich bin auch drin. Okay, perfekt. Ah, ich seh dich. Sind weg. Huh, nice. Okay, guck mal, mit ergeben ist okay. Wir hauen ab. Wir haben unsere Soll für heute erledigt. Ja, geil, geil, Alter. Zwei von denen weg. Einfach riesig oigen, Mann. Das war's aber. Bye. Und die ceux, thatís gut. Wir werden uns nachdenken einmal.